Wir haben über 10'000 medizintechnische Geräte auf dem Areal. Die meisten Geräte brauchen eine jährliche Wartung. Am Morgen prüfe ich immer zuerst, ob die Geräte in meiner Verantwortlichkeit einen Defekt aufweisen. Je nachdem priorisiere ich sie. Wenn ich eine Störungsmeldung eines Geräts bekomme, die ich noch nicht gut kenne, dann ist die Herausforderung, dass ich Wissen für das Gerät aneignen kann. Die grösste Freude bei meiner Arbeit ist ganz klar, wenn ich möglichst zeitnah eine Lösung bereit habe und dadurch der Betrieb gestört wird. Wenn ich nach einem Arbeitstag im Kopf noch voll beim Arbeiten bin, dann weiss ich, was ich machen muss. Ich bin Raphael Gehrmann und arbeite als Medizintechniker am Kantonsspital St. Gallen. Das war meine Damen und Herren. Ich hätte mir in die forgiveness oder geräte Spalte da gefangen. Ich habe einfach eine gute Idee, Vielen Dank.